So, ab bevor wir atmen. Stimmt. Ich könnte schon wieder rauchen, eigentlich. Schauen wir mal, wie lange es jetzt geht. So super wach sind wir jetzt auch nicht. Aber es ist eh nicht schlecht. Nachts waren wir noch nie draußen. Dann können wir mal in Swery gehen und so. Hä? Was ist denn jetzt? Ach, jetzt werden wir rausgeworfen. Okay. Doch, Silent Hill 2 ist fertig. Ah ja. War nur wegen dem Inhalt der Folge XX verwirrt. Genau, das ist irgendwann mitten im Spiel, weil ich die anscheinend vergessen habe. Also nicht anscheinend, sondern als ich gestern die ganzen Star Wars Quotar-Folgen endlich richtig benannt und eingestellt habe und den Release-Termin festgelegt habe, ist mir aufgefallen, dass eine der Star Wars Quotar-Folgen in Wirklichkeit eine Silent Hill-Folge war. Die habe ich falsch benannt. Die hat sich da irgendwie eingeschlichen. Zum Glück habe ich es gemerkt und habe mir dann gedacht, ach verdammt, na gut. Äh, die, die, die ist wohl verschollen und habe die jetzt einfach dann noch released. Weil, naja, die fehlt anscheinend irgendwo im Silent Hill-Let's-Play im Industry-Aufzeichnung. Aber ich wusste nicht, wo. Deswegen habe ich sie XX genannt und die verlorene Folge heißt sie eben und so. Ja, es ist manchmal ein Chaos. Hauptsache Landstalker zieht mit um. Die Playlist ist schon umgezogen. Die gibt's schon. Die ganzen Playlists, die vorher auf Lamsquid Bird Rider waren, sind jetzt alle schon umgezogen. Nur eben die neueren muss ich noch erstellen und aktualisieren ein paar. Hättest du die alten Folgen nicht einfach öffentlich stellen können? Die waren jedoch die Patreon-Seite zu erreichen. Äh, ich wollte die noch mal neu schneiden, alle. Deswegen habe ich das auch noch mal gemacht, dass ich die noch mal extra veröffentliche. Landstalker ist so ein Klassiker, äh, von, ist, glaube ich, sogar von Sega, nicht nur für Sega, den ich mal gespielt habe und der mich in den Wahnsinn getrieben hat. Aber ein cooles Spiel, wirklich. Total beeindruckend für die damalige Zeit, vor allem technisch, total cool. Aber ich wäre fast durchgedreht, weil das hat so eine simulierte 3D-Perspektive, die, das Spiel tut quasi so, als wäre es 3D, ist aber in Wirklichkeit 2D. Und das sieht total toll aus, aber manche Jump'n'Run-Passagen sind dadurch echt schwer, weil es teilweise super schwer ist einzuschätzen, wo man eigentlich gerade hin muss und wo man landet und was vorne und was hinten ist. Das Spiel macht das sehr gut, wirklich. Ohne Witz, aber meine Güte. Das ist halt doch an seine technischen Limitationen gebunden und das merkt man. Das war lustig. Und deswegen Ramsis Idee, dass ich das spiele. Und deswegen macht er da immer Scherzen drüber, weil ich so wahnsinnig geworden bin beim Spielen. Ich schaue nur gerade die Karte. Ich gehe gerade die Straße ab, ob irgendwo Quests sind, die wir jetzt aktuell machen könnten. Ach, guck mal, hier sind Knochen. Wir könnten die Knochen sammeln. Das hätte mich... Ah, und hier. Die Streunerin Sigourney. Das wäre gut. Das würde ich jetzt gerne machen. Jetzt ist nur die Frage, wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist diese Map, ey. Was ist denn los mit den Entwicklern? Was haben die denn geraucht oder nicht geraucht? Was hätten die rauchen müssen, damit die eine gute Map machen? Oh, das ist ja wirklich furchtbar. Jetzt muss man, oder? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo die Sigourney ist. Man kann sich keine Markierungen machen. Ich, ich... Während ich jetzt da hinfahre, wo Sigourney ist, bewegt die sich wieder und ist dann wieder woanders. Das macht es einem nicht leicht, das Spiel. Ah, warte mal. Die Hauptstraße hier entlang. Ich glaube, da bin ich nämlich sogar irgendwo, oder? Ja, perfekt. Einfach nur jetzt nach links und bin immer geradeaus. Oh. Los geht's. York. Oh, nichts. Ja, was cool aussah. Es sah halt wirklich total beeindruckend aus für damalige Feldmisse. Dieser 3D-Effekt war schon crazy. Und das ist eigentlich immer noch ein Spiel, das man sich gut ansehen kann. Aber, ja, genau. Macht es halt auch schwieriger. Der 3D-Effekt würde durch das Isometrische erst so richtig 3D. Wenn das von der Seite direkt wäre, oder so, wäre es nicht das Gleiche. Aber besser spielbar, das stimmt. Wunderboy. 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 Entweder verwechsel ich das gerade. Aber das hat doch nichts mit Zelda am Hut. Oder? Wunderboy ist doch ein Plattformer. Das Problem ist nicht die Map, sondern die Navigation mit der Map. Ja, ja. Genau. Das ganze Interface da und die fehlenden Komfortfunktionen. Die Quality of Life Sachen, die fehlen komplett. Die Buoy. Ein Metroidvania? Ne, ne. Metroidvania ist ganz was anderes wie Zelda. Wobei. Man könnte vielleicht sagen, dass Zelda 2 so ein bisschen Metroidvania ist. Es hatte Elemente, würde ich sagen. Aber Metroidvania ist schon noch mal was anderes. Castlevania und Metroid. Das sind Metroidvanias. Der Waffenshop ist offen. Dadurch, dass ich immer über diese komische Kiste bei dem Einkaufen kann, ist es wahrscheinlich egal. Aber schauen wir doch mal beim Waffenshop-Kerl vorbei. Da war ich noch nie. Und die alten Castlevania sind auch noch keine Metrovania. Eigentlich. Der zweite vielleicht ein bisschen, doch. Kann man drüber streiten. Hallo, Weasley. Hm. Was kann ich für dich tun? Keine Ahnung, reden wir mal. Ah, ich spreche das aber. Das ist doch. Komplimente tun nichts. Ich versuche, meine Ideen zu treffen. Andere können meine Ergebnisse beurteilen. Die words of a true craftsman. Ihr job must be your hobby. No, I have another hobby. You do? Aside from work. Tell me then, what is it? It's nothing special. Since I was a kid, I always liked to collect cards. Cards? Like trading cards? That's right. That reminds me. I got this one after I came to this town. Hmm. This is a precious one. Where did you get it? I picked it up around here somewhere. I didn't really think much of it. I see. Then how about a trade? A trade? Here's an idea. As a collector, I just love looking at rare cards. I'd love to take a look at the cards you have. I won't take them from you. And I'll give you something, depending on how many you show me. You'll pay me just to look at my cards. You really must be a card freak, huh? Will you show me your cards? Show me what you got. Of course. You've got more than eight. I've never seen any of them before. I appreciate you showing them to me. Here's a little something, as promised. Ah, we get a card from him. If you find any new cards, come show them to me, will you? Pizza is all. Nein! Nein! Das ist natürlich ein schweres Los. Dass Pizzas immer so endlich sein müssen, ist ein Problem. Irgendwann... ... ... ... ... ... ... nie leer wird. Ein Pizzakarton, der nie leer wird und jedes Stück, das man nimmt, ist immer exakt mit dem belegt, was man gerade haben will. Irgendwann mal. Die Replikator, die gedankenlesende Replikator Pizza. Aber ob wir das noch erleben? Ich hoffe es, weil ohne diese Pizza ist das Leben nicht mehr lebenswert jetzt. Wo man weiß, dass sowas eventuell mal existieren könnte. Der Besitzer der Panda-Bär, bla bla bla, 16 Karten. Ich weiß nicht, ob ich schon 16 habe. Ich hoffe schon. Hm? Wait. Wait. Looks like you got a few more cards. Show them to me. Bitte schön. Warum haben da... Ich meine, jetzt müsst ihr euch mal... Jetzt wartet mal. Looks like you have more than 16 here. That's very impressive. I appreciate you showing them to me. Here's a little something, as promised. Hold on to it, okay? If you find any new cards, come show them to me, will you? Ich glaube, da haben zwei verschiedene Grafikdesigner quasi an die gleiche Stelle was geklebt und nicht gecheckt, dass der andere da auch schon was hingeklebt hat. Und jetzt sind da sowohl Zettel als auch die Uhr und beide sind ineinander gemorft. Und das sieht super weird aus. Cool. Wollte ich nur mal... 32 Karten. Nur viel habe ich nicht, oder? Was kriegen wir von ihm eigentlich dauernd? Ich habe gar nicht mitbekommen. Er hat uns eine Karte geschenkt. Und dann... Geld oder wie. Ich weiß nicht. Hm. Und doch rund, also müssten sie unendlich sein. Verspiegelung falscher Tatsachen. Ich verklag. Dr. Oetker, das stimmt. Die haben kein Anfang und kein Ende, also müssen sie unendlich sein. Insofern ist die... das Bild auf der Verpackung irreführend. Weil das sieht man. Ist rund. Kein Anfang, kein Ende. Muss unendlich sein. Aber deswegen steht überall immer Serviervorschlag drauf. Das ist der Trick. Solange vorne auf der Verpackung Serviervorschlag steht, können die da draufklatschen an Bildern, was die wollen. Es ist scheißegal. Die können irgendwie... Also... Es ist scheißegal. Mit Serviervorschlag ist quasi jede irreführende Werbung auf der Verpackung erlaubt. Das ist der Trick. Naja. Kaufen wir mal. Schauen wir mal, was er für uns im Angebot hat. Ach ja, genau. Das Katana hätte ich ja schon gern mal noch gehabt. Aber der hat hier wirklich im Laden keine anderen Waffen als die, die ich eh schon besitze. Auch leider. Schade. Ich habe jetzt auch kein Slot für das Katana, oder? Nee. Ist auch egal. So dringend brauchen wir es auch wieder nicht. Wir haben außerdem gar nicht mehr so viel Kohle. Karten sammeln. Ach, ich könnte das Spiel noch ewig vor mich hinspielen. Vielleicht spielen wir es noch ein bisschen länger vor mich hin. Vor uns hin. Vor uns her. Aber mal schauen. Ich weiß es noch. Oft wankt es bei mir ganz schnell. Oft denke ich mir bei dem Spiel gerade noch, ach, das ist schon cool. Das spielen wir jetzt noch ganz lange. Und eine Viertelstunde später sitze ich dann und denke mir, boah, Scheißspiel, geh endlich zu Ende. Man weiß es nicht. Ich bin da Stimmungsschwankungen unterlegen. Oder so. Wechselmütig. Ein Wechselbalk. Ähm. Wo war jetzt die Streunerin Sigoni? War die nicht irgendwo hier? Das Schlimme ist auch noch, die Karte dreht sich mit. Das heißt, die Ausrichtung der Karte ist auch anders. Moment, ist das hier wirklich der Fall oder nur bei der Minimap? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Ich glaube, die Streunerin sind gar nicht schon wieder weg. Das ist, das ist so furchtbar hier. Mit diesen Nebenquests. Der Friedhof. Und wo waren die menschlichen Knochen? Die waren doch auch irgendwo hier in der Nähe. Weil wenn wir jetzt die Sigoni schon nicht finden, würde ich vielleicht wenigstens gern die menschlichen Knochen noch finden. Weil das ist ja auch noch eine spezielle Nebenquest, die ich nie beendet habe. Die hätte mich nämlich damals, jetzt wäre die Mission bei Harry Stewart auch wieder verfügbar. Und jetzt fahre ich wieder hin, der ewig lange Weg und dann stehe ich wieder da und dann sagt er, ich wollte nur mit Nick ein paar Sachen klären. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Rauchen Sie mal 14 Stunden lang und dann schauen wir weiter. Streunerin Sigoni hat nämlich noch ein Mysterium. Die trägt nämlich immer den Topf mit sich rum. Sie behauptet, in dem Topf ist ein Topf, den sie ihrem Mann bringen muss. Aber ihr Mann ist schon lange tot. Und keiner weiß, was in diesem Topf ist, den sie die ganze Zeit durch die Stadt trägt. Und das Mysterium, was in diesem Topf ist, lüftet man nur, wenn man sie immer, also mehrmals, ich glaube vier, fünf Mal, ganz schnell von A nach B bringt. Bevor der Topf kalt wird. Das würde ich gerne machen, weil das ist witzig und bizarr und echt komisch und weird. Aber ich finde sie halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich früher die ganzen Nebenquests gemacht habe. Man brauchte eine Engelsgeduld. Die habe ich schon lange nicht mehr. Gib Gas! Ne, es passt schon. Alles ganz chill. Ich muss halt nur dauernd auf die Karte gucken. Hey, die Sammelkarte könnten wir auch schnell holen. Aha! Streunerin Sigourney. Nichts mit Sammelkarten. Die ignorieren wir. Also, am Ende der Straße links und dann sind wir fast da. Los jetzt! Es kommt davon, wenn man guckt, dann guckt man kurz in den Chat und nicht auf die Straße und dann passiert sowas. Mein Name. Deswegen don't text and drive. Und dann African und dann die Sammelkarte und dann die Sammelkarte und dann die Sammelkarte Also, ich hab's eh schon öfter erzählt, dadurch, dass das wirklich eins meiner super Lieblingsspiele ist, hab ich das so gern auf Platinum gespielt. Das war für mich keine Arbeit. Ich hab sowieso alles gemacht, was man im Spiel machen kann und hab mir am Schluss dann gedacht, so, oh, ich will mehr machen. Warum bin ich denn jetzt schon durch? Warum gibt's denn nicht noch mehr Sondermissionsvariationen oder sowas? Und, ähm, hab dann eben nur deswegen eigentlich, weil ich halt noch weiterspielen wollte und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll, noch die Achievement-Liste abgearbeitet. Weil die wenigstens noch so ein paar Ideen hatte, was man noch machen könnte. Sonst, also ich bin kein Trophäenjäger. Das war wirklich nur so, weil ich halt noch nicht aufhören wollte zu spielen. Wo ist sie denn? War wirklich schon ange vorbei oder vielleicht über sie drüber gefahren, möglicherweise. Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Ah, da ist sie. Sigourney, wo willst du denn hin mit deinem Topf? Komm, ich helf dir. Online hat mir immer was zu tun. Ja, aber online macht mir keinen Spaß. Dieser Online-Impf-Modus, der war mir wieder rum. Total wurscht in dem Spiel. Wie bei allen Spielen eigentlich. Hey, Sigourney. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Mein Pott. Es wird kalt. Please, let's get going. Could you explain what you're talking about? What are you rambling on about? My Pott's getting cold as we speak. Hurry, hurry. She certainly is pushy. York, how would you get out of this situation? Der kalte Topf 1. Die Sigourney. Sigourney spaziert oft durch die Stadt, wenn das Wetter schön ist. Ah ja, nur bei schönem Wetter. Das ist ein guter Hinweis für die zukünftigen Sigourney-Missionen. Da ihr gesagt wurde, dass ihr Topf kalt werde, müsse sie ihn nach Hause bringen. Äh, nee. Müssen sie sie nach Hause bringen. Ich verstehe. Mit sicherem Fahren kommen sie vielleicht zu spät. Ja, natürlich. Wow, get the car going. My house is over by the lake. 3, 2, 1, go. Wow! Schön, dass ihr noch einen Countdown darunter zählt für uns. So, jetzt muss ich kurz gucken, weil ich habe hier mehrere Missionsziele. Welches ist denn das Richtige? Ja, es wäre jetzt auch noch echt gut, wenn mir das angezeigt werden würde. Äh, irgendwie kann man... Ah ja, das kann ich zumindest machen. Nebenmission Zielort. Nebenmission Zielort. Nebenmission Zielort. Super. 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 Könnten wir das Spiel vielleicht gnädigerweise noch verraten, welche Nebenmissionen? Welche Zielorte? Wahnsinn. Oh Mann, ey. Weil diese beiden Tunnel, in denen man gegen Monster kämpfen kann, die werden quasi permanent angezeigt. Immer. Und die sind jetzt gerade sehr verwirrend. Am See. Ja, stimmt. Das hat sie gesagt. Hier müssen sie nur ein bisschen besser zuhören. Welches Missionsziel ist denn am See? Keines. Nie, Quatsch. Tschauen wir mal. Brian's Haus. Ich weiß nicht, warum der Marker zu Brian's Haus springt überhaupt. Nebenmission Zielort. Da ist kein See, ne? Nee. Doch, das ist Sigourneys Haus. Das ist beim Waffenladen. Sigourney's Haus. Sigourney's Haus. Weasley, der Waffenschmied. Da müssen wir hin. Okay. Ich sehe zwar hier... Ist das der See? Das ist der See. Es gibt irgendwie... Das ist der See. Ich dachte immer irgendwie, dass es... Ich weiß gar nicht. Ich habe nie drüber nachgedacht. Ich dachte, das wäre ein Strand im Ozean. Aber ist natürlich Quatsch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. So, jetzt müssen wir nur noch uns finden. Und dann rausfinden, wo wir im Verhältnis zu Sigourneys Haus sind. Alles klar. Gar nicht so schwer. Ich fahre hier raus. Ich fahre hier runter. Und dann gleich die erste im Grunde links. Sieht ja wohl ziemlich seemäßig aus. Ich würde, das könnte auch ein Ozean sein. Ähm... Aber der Strand fehlt. Das stimmt. Okay. Los geht's. Mit Blaulicht. Ich drücke immer versehentlich die Bremse statt Turbo. Ist ein bisschen doof. Andersrum wäre es schlimmer. Also in Wirklichkeit. Wie viel Limit ich habe... Hat mir gar nicht angezeigt. Na, schauen wir mal. Das ist nicht gut. Es verliert mehr und mehr von der Wärmung. An dieser Stelle wird mein Pferd kalt. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Warum musst du so sicher fahren? Kannst du nicht sehen, dass mein Pferd kalt wird. Das ist höchstgeschwindigkeit, Sigourney. Kann ich schneller fahren mit dem Auto zumindest. Mein Adrenalin ist auch schon total am Pumpen. Mein Herz macht das nicht mehr lange mit hier. Ich habe mir untersehen einfach was sehr viel kleineres vorgestellt. So, wo genau, wo genau müssen wir hin? Ah, nein, ah, komm schon. Oh, thanks to you, my pot is still warm. I'm glad to hear that. Don't get so excited, will you? Keep your voice down. What, are you going to tell me a secret? The pot knows everything. Here's all. If you can't find the person you are looking for, you need to look at things from a different angle. There is only one truth, but more than one is always visible. Like cooking a stew. Mix things in and wait for it to boil together. Just make sure it doesn't get burnt. And keep an eye on it. You have to gently mix it sometimes and wait until it's ready. Listen carefully. The best stew is a stew that is boiled slowly. Oh my, my pot is getting cold again. Did you have to talk so long? Oh. Wenn man so einen Eintopf den ganzen Tag vor sich hin köcheln lässt, stundenlang auf niedriger Hitze, habe ich das Gefühl, wird jeder Eintopf lecker. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich habe da schon Eintöpfe gemacht, die hauptsächlich aus Kartoffeln und Karotten und ein bisschen Gemüsebrühe bestanden und selbst die werden echt lecker, wenn man die nur lang genug eintopft, wollte ich schon sagen, auch nicht schlecht. Was hältst du von der Wolfenstein-Reihe? Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Berührungspunkte mit der Reihe. Ich habe die alten Perspersonshooter gespielt. Eigentlich glaube ich auch nur, weil sie indiziert waren. Jetzt sind sie es glaube ich nicht mehr, oder? Sonst habe ich nichts gesagt. Ich will keine Werbung machen, weil ich glaube, es sind sie nicht mehr, oder? Naja, auf jeden Fall habe ich die halt früher gespielt, weil es cool und edgy war. Und jetzt habe ich einen von den neueren gespielt. Ich kann dir nicht mal genau sagen, welchen. Der war gerade was komisches am Boden. Der aussieht ganz viel Würmer oder so. Aber jetzt ist es weg. Hm. Und fand den eigentlich gar nicht schlecht. Ich fand den eigentlich ganz cool. Ich meine, ein... ein... actionreicher Shooter, in dem man Nazis wegschießt, da kann man halt auch nicht viel falsch machen. Aber ich war überrascht, dass auch die Story relativ ernsthaft ist. Over the top und crazy. Aber ich meine, bei einem Charakter, der BJ Blazkowicz heißt, habe ich jetzt nicht erwartet, dass das tatsächlich ernsthafte Themen behandelt. Da war ich positiv überrascht. Ach so, die sind immer noch indiziert wegen Hakenkreuzen. Hm. Das ist... Aber die müssten sie ja jetzt inzwischen auch nicht mehr. Könnte man eigentlich... Bethesda hat die Rechte wahrscheinlich. Könnten die mal nochmal bei der USK einreichen. Dann würden die jetzt wahrscheinlich ohne Probleme durchkommen, schätze ich mal. Ja, ohne Probleme weiß ich nicht. Da müsste man... müsste man schauen. Weil bei so einem... akkadigen Shooter könnte man schon sagen, naja gut, aber... Wo ist jetzt da der historische Bezug? Wo ist die Bearbeitung mit dem... Also wo ist die Auseinandersetzung mit dem Thema und so weiter? Weil da läuft man halt durch Gänge und schießt Nazis weg. Könnte man vielleicht... Da würde ich es noch verstehen, wenn man es da vielleicht noch anfechtet. Also wenn man da sagt, ne hier gibt es keine... Keine... Symbole. Keine Nazi-Symbolik. Weil das Spiel zu sorglos damit umgeht oder so. Was weiß ich. Keine Ahnung. Aber... Ich hole jetzt die Karte da hinten. Wird es gemütlich mal. Karten sammeln ist jetzt cool, weil ich hoffe, dass man am Schluss, wenn man alle Karten hat, von den Waffenhändlern einen endlos Raketenwerfer kriegt oder sowas in der Art. Uh, da fehlen aber noch einige. Wie viel habe ich denn? Sehe ich irgendwo? Ne. Da ist mir nichts angezeigt. Karten Details. Ne, das ist das Gegenteil. Ne, da muss ich zählen. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, neunzehn, 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 neunzehn. 27. Hey, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir eventuell gar nicht mehr alle Sammelkarten kriegen können. Weil ich viele Nebenquests einfach verpasst habe, die ich nicht mehr machen kann. Und hier sind Arnold und Silvester. Die Handeln von George. Und die habe ich nur bekommen, weil ich die Nebenmission gemacht habe, um die Handeln von George zu finden. Und jetzt ist George tot. Deswegen kann ich keine anderen George und keine Emily und keine Thomas Nebenmission machen. Und wenn es da Karten als Belohnung geben würde, so wie auch hier mit Thomas Biscuit, Thomas Kekse. Aber es könnte... na schade, wahrscheinlich nicht. Das demotiviert mich jetzt, was das Kartensammeln angeht. So viel ist passiert, seit wir zu dieser Stadt gekommen sind.